. 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 rechts runter. Also doch runter. Ja, ja. Also doch scheiße. Nein, 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 alles gut. Oh, den Fetzerklar weg. Ja, 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 ist auch schon kein Kopf mehr dran. Oh, GoFast, uiihihi. Hallo. Hallo. Danke. Unser Medic. Ja, na ja, wenn ich sage GoFast, dann kommt da auch ein Haufen Warface. Ja, alles. Ja, mach mal. Ich habe da eine Medicpistole. Reicht das? Ja, kannst du behalten. Ja, danke. Hätte ich auch. Ja, bist du hierhin. Ich würde später den Brauern nicht holen. Ja, ich habe eigentlich immer eine, standardmäßig. Ich auch. Äh, weiter. Ne, war ich hier. Ja, ich bin hier. Ich bin hier. Ich bin hier. Ich bin hier, ne? Ja. Na, wenn er dich hierhin stellt, einer hier, einer da vorne am Eingang und dann easy. Ah, okay. Aber Cap mich auch langweilig. Bitte? Cap mich auch langweilig. Ja, geht. Also wenn du auf AOE vier wählen und dann eben vier Leuten machst, ist das nicht so langweilig. Ja. Ja, die können halt als Berserker Solo rumlaufen, ist ja kein Problem. Aber, ähm, bisschen auch nach oben. Ich hätte da vielleicht noch eine andere Stelle. Ah. Jede Stelle meines Körpers ist sexy, oder was? Sex. Das muss zensiert werden, das sexy. Sexy. Was ist das so los mit diesem Mann? Hier, gleich gegessen von Float, ja. Na ja. Ich heil ihn ja schon. Alles gut. Ja, was ist denn los da? Guck mal einer, guck hier, wir machen hier eine richtige Stelle hier. Wollen wir mal richtig eine austeilen hier. Guck mal abschütteln. So. Guck mal was Feines kaufen. Ja. Guck mal. 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 Guck mal, geh ran mir weiter. Guck mal. Guck mal. Guck mal. Guck mal. Guck mal. Guck. Guck mal. Guck mal. runter oder nicht? Ne geil. Jo. Aber hier im Gang ist sterben auf jeden Fall. Bis hin. Kommen wir ja sterben oder was? Bin runtergefallen. Ah. 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 Was ist denn hier? Was ist denn hier? Mal hier die Treppe hoch, klar. Das war überhaupt ganz so was. Der geht gerade. Mensch. Du kannst die nicht teilen. Okay. Habste? Oh. Geile! Ja, mach mal! So, hier jetzt! Einer Heal in den Gag da rein! Hallo! Ja, dann mal weg da! Oh! Oh, Kinder! Uiuiui! Wofür hab ich euch denn? Ja, ich werd auch rein hier die ganze Zeit! Ja! Irgendwie nicht! Viel kein Scheiß mehr kommt! Einer da jetzt hier, jeden wo du stehst, der andere steht da auf der anderen Seite und dann... schon mal frei! Warum kommt denn hier so viel, Mann? Ja, siehste! Mach mal! Ich bin mal draußen! Ja, ich fühle mich auch ein bisschen zu kuschelig gerade, ey! Ich könnte ja jetzt mal klugscheißen und sagen, heil dich mal! Hahaha! Gegessen! Ja, kommt jetzt fünf Dicke, sechs Dicke! Da steht da alles voll! Hinter dir! Oh, und die Sirene dazwischen! Mann, die hat ne Bodyguardschaft hier dabei! Na ja, du, dass da die Dicke mir auch! Der nass verbleibt, ey! Jetzt wird es ein bisschen... Jetzt wird aber arg kuschelig hier! Oh, nur ein bisschen lauter! Ja, da kommt ein bisschen was, ey! Kommt ein paar Dicke und, äh... So! Ne, ne! Ja, schnitte! Was ist denn da los? Hätte ich hier auch alles gekonnt! Ach, schau mal da! Der Haas muss weg! Ist egal wie, dann ist der Haas, der muss als erstes gehen! Haas ist tot! Na ja, Treppencamp ist ein bisschen immer blöd! So, hast du schon ne Manipistole oder was? Ja, hab ich schon! Danke! Leg ich hier hin, ja? Hm, ich bin sofort da! Reicht das? Ich sollte ja reichen! Oh, dann haben wir noch ein 20! Hoppla! Der Komplex! Ach ja! Was hat sie denn? Hm? Sehnsucht! Ne, ich hatte gerade einen Weg gebracht im Drachen! Schon wieder! Ja, ich musste ein bisschen, ja, ich musste ein bisschen husten! Oh nein! Gott, Alter, ich geh kaputt! Back to it, Mesami! Jo, einer da vorne hin und einer hier an die Treppe! Und dann gib ihm! Jo! Jo! Dann hab ich unten! Also unten hütte unser tot sein! Ja, ich halt unten! Ich bleib draußen! Mach, mach, mach! Ich hab das jetzt nur tote Erfahrungen unten erlebt! Naja, wenn einer Treppe bleibt und einer hier unten im Gang steht, dann sollte das ja noch gehen! Obwohl, auf der Treppe würde ich nicht kämpfen! Wenn die vielleicht bei uns kommen, gehen wir schon wieder raus! Ja, die kommen auch um, äh, ne? Dann lauf so lange im Kreis, bis sie ziemlich müde wird! Ja! Ja! Und wenn du wozu hampelst, ist das schlecht! Geil! 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 Ja, ich hab grad ne Sirenen im Mikkel! Uuuuh! Geil! 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 Ja mach mal! Aber ZZ ziemlich psychisch. Z wie Zauber. Z wie Zauber Show. Ja komm hier, wollen wir jetzt rausgehen oder willst du jetzt hier oben bleiben? Z wie gegessen. Z wie gegessen, genau. So ist besser. Mach mal. Ich finde das hier blöd, dann muss der SWAT mal hier... Dann schrei nochmal Kack dir nochmal richtig an. Ankacken. Yo SWAT, check the stairs. Stay there. Okay, Clashpawne, bist du. Ah, komm, Clashpawne. Seid ihr im Keller? Ja. Ich ja. Kann man dann halten? I stole my weapons. Ja, fack, Clashpawne. Prima, gegessen, Clashpawne. Dann gehen wir jetzt raus. Und dann los. Kommt hier erstmal alles. Oh, da kommt erstmal ne Medicgranate da oben hin. Erstmal den Gang sichern und dann Feuer. Go. Oh, hier rumpelst schon. Rumpeln? Oh. Oh, Flashpawne vorsehen. Power. Oh, das ist Craig. Hallo. Oh, das ist Craig. Hallo. Wuh. Komm hier rechts lang. Haha, zu spät. Komm mal. Äh, ne, er lebt. Und noch ein Strike, und noch ein Strike. Los, haut rein da. Those ist wichtig. Los, hau rauf da. Los, ist wichtig. Ey du kannst wirklich hier einfach so weglaufen hier. Nochmal Granate. Flashpawne. Danke. Was? Als ein Medic? Links hoch, links hoch! Was, als ein Medic? Ein Hammer? Ja, warum nicht? Wenn ich alleine da stehe, kann ich finde, dass die Flasht bei uns auch ein bisschen ouchen. Gearbeitet! Lass ihn mal kommen, hier den Dick. Ah, hier, da kommt der Schoß! Ja, komm, hast du! Hast du es gegessen? Nicht runter! Nee, 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 ist alles gut! Ja, warum denn? Es war ja ein Scheiß-Ring! Sag mal, Nalan! Rett nicht so schnell! Ja! Mach mal nicht so langsam hier! Ja! Ein Megakinder hier! Haut mal alle ab hier! So! Ohohoho, wie du so schön sagst! Ohohoho! Ohohoho! Halt! Ich kann nichts machen! Was ist jetzt los? Ohoho! Kann nichts machen! Moment, jetzt bin ich wieder drin! Kannst du ja auch klar kommen, Alter zu knüpfen! Ahhhhhstudio ja! Uiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiui! Uiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiui AIh damals! Na dann, ach, anders! Aber ein Platz ih Sunshine zuichten! Einen Kettensägel ist weg, oder? Einen Sprag ist noch da. So, jetzt, jetzt, jetzt geht's wieder. Wo ist sie denn? Da muss Atom zeigen. Hinten links! Hier, Granate! Und, go! Versuche gerade was, es klappt aber nicht so wichtig, dass Höhen. Versuche mal zu blocken. Ja. Ja, das Blocken, das ist ein bisschen komisch bei den Sprags. Ja, du! Keine Bissken, Wurzer! Ab fertig. Na runter! Ich hab genug Geld, also, wer braucht, kann, außer die anderen da, ne, außer Zeichenmann, der kriegt auch noch. Ich, Mann, ich glaub, der wird nicht mehr los. Ja, aber hier so'n, ja gut. Ich wollt grad sagen, der SWAT kriegt keine Kohle, aber sind halt beide SWAT, ne? Ja, das ist halt schlecht, aber, ich denke mal, der SWAT. Magst du mir meinen Humber geben? Oder war das dein? Ich glaub nicht, oder? Das war meine! Was? Extra gekauft, Mann! Egal. Sag, brauchst du Geld? Ich hab noch genug. Ich brauch Geld, ja. Oh, Hammer! Ach, Hammer. Ich ne Fottkala und Steele, das wäre da harus. Hat EAat jetzt, oder? Ja. Komm, weiß doch mal, jump. Machen wir dir hier, kommt. Da, halt pessoa. Danke. Oh! Oh, oh! Oh! Oh, oh! 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 Wecker! Oh, hast du jetzt echt n's Schwert gekauft? Warum das denn? Warum kauft man sich denn ein Schwert? Hier hinten Flashpawlen Ja, komme Ja, mach mal Hier, bleibt mal einer an der Tür stehen Ja, ja Ich kümmere mich hinten, aber hier an den Flashpawlen Das ist der Zeit, finde ich jetzt einfach gut Gut Gehen wir raus, oder? Ja, ich fängs drauf hier Ja, klar Braker Braker, Vorsicht Braker Braker Pass Boah, ist ganz schwierig hier gerade, zwei Heal hier Ja, ist gut Mach mal go, ja Bleib du da, ich geh nur nach vorne hin Wir rasieren immer hin Ja, oder wir bleiben hier stehen, ein Serg an der Treppe, ein Serg an der Treppe, ein Serg an der dazwischen und die Und dann haben wir noch die beiden Swats Kann ja, teilig aber rein Haben wir wenigstens auch Spielraum Hier unten Lass mal hier eben, nehm mal Katana, hast du Katana? Ich hab keine Katana, ich bin dankstelle Ja, dann komm mal, lass mal, lass mal, lass mal den Flash der dem, die Skips der dem rasieren Komm rein da Wir sind noch halb, halb unten, ja? Ja, wir machen hier oben voll Ja, wir machen hier oben voll, die Hackepeter War, hab'n gegessen Komm runter Komm runter Weißt du, ein Serg hier Ein, ein hier Und dann Wie'n Sack Also ich sag, das wird uns so ein Torf hier unten Ja Nein, der ist so hoch Er ist da jetzt schon letzte Fälle, sind uns ja 160 Pass auf, wo's eigentlich kommt Nur Oh, Flashpons Auch gut Ah, ist halb so wild Nein, das ist alles nur easy Eins Crack Stellung halten Stellung halten Ränder halten Stellung halten Mal helfen da jetzt Bei mir, oder was? Bei mir, oder was? Bei mir ist es immer noch nicht Spend ich schon weg Dann sag' ich verscheide, ich komm' Keine Frag Wer macht denn überhaupt was in der Busrunde jetzt? Äh, Medic Und dann, äh, A12 Ich würd dann, äh, gut Dann geh' ich wieder selber Ich würd dann, äh, gut Macht noch wer Medic? Das ist doch viel Hass Hier kommt ein, äh, Flashpons von Tobi, glaub' ich Ja Ja, das ist gut Wo? Ja, hier macht einer grad einen Warnbachs hin Vergessen Richtig Das ist doch jetzt alles easy hier Du hast gar nicht was du hast Ja, ja Das erste Mal halt erlebt Noch ein Flashpons Ja, dann hast du auch immer mit so Plebs in Kiegel gespielt Ich hab's ja auch gerade wenigstens gegessen Wollst du mich mal eventuell Na, danke Soviel Dank Ja, er war ein Gorfaß, Mann Guck, wie sie reden Äh, Cracks Oh, zwei Cracks Hier, ich hau mal hier mitten im Gang links rein Sieht super in den Paketen Ich muss hier raus Ja, komm mal hier unten rein Ja, ich Guck mal hier durch hier Ich arbeite kurz raus Ich bin zugebracht Alter, den ist ja auch Nee Kommt doch noch keiner, helf die jetzt hier Na ja Hab' ja extra da weggegangen, muss Gut 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 Komm mal ran hier auf den Wir können ja mit der- Komm her wir können ja miteinander spielen Oooooooooooooh Aaaaaaaaaaaaaaah Ja ja, so hat's jetzt angekommen Aaaaaaaaaaah Wer hat denn meinen Hammer hier, ihr Kleinen? Ähm Brauch's auch gar nicht Ja darum geht's ja nicht Komm auf Dreck Willste steh mit Ah verdammt Oh danke für die- Ne ich will keine Lass ran. Na okay, ich brauch noch keine Geld. Ist egal. Hier wird alles gedroppt. Rhesicht wen die Motorkloppen. Es kann helfen. Wollen wir direkt hier unten sterben oder was? Jawoll, da geht direkt hier unten. Ja? Ich dachte unten, ist das sicher? Ja, mit der Patti kommt nicht. Nee. Aber vorher ist das kein Problem. Wo ist ich? Du meinst du die Stelle, wo die Granate... Ah ne Moment, das war bei Haaren. Ja doch, das war auch hier. Die Granate war oben. Achtung! Incoming! Oh, oh. Oh, der will mich tun. Oh, gegessen. Ist er dran. Aua. Na schieß mal du, lock'n'n. Wichtig ist das, wenn der seine eintritt. Schieß mal die Kurve, der Ruppe. Oh, hey. Mach mal jetzt. Ja, ist vor euch. Aua. Hier ist er, hier ist er, hier ist er, hier ist er. Hinten, hinten links. Ah, nachladen. Oh, geflohen gelassen. Ja, ich bin zu langsam. Ich bleib gleich hier. Ja. Ich komm wieder zurück. Oh oh. Gegesen. Weggekickt. Kommt. Kommt. Gott. Jetzt aber ein Kessel. Der spielt mit mir, jetzt bin ich ihn nicht. Ja, jetzt schon wieder hier in den großen Raum hier reingelogt. Habe ich aber Angst jetzt. Hier liegt ein Schwert. Ist von einer draufgegangen? Nein, nein, ich meine ein Schwert. Ach, für später. Ja, falls es der Folter wird. Ich finde, da ist das Schwert mit dem Folter besser zu bearbeiten. Wow, nein, 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 ich nicht. Au, ey. Ah, da ist er sogar. Vorrat zumindest. Oh oh. Spritzchen hier. Schön, bis sehen, tschüss. Hm. Oh. Ja doch, deine Babys. Oh. Und hast du da meinst du da? Ja, ja, ich bin gerade dran. Da ist er noch. Zack, gegessen. Und weg ist er noch. Oh, das ist der Teil bis mal richtig behindert. Also der sehr nachhaltig ist. Geht. Du hast doch so eine schöne Wolke auf dich gemacht. Das ist doch krass. Ja, ich bin halt auch schlank. Du bist schon bei euch? Ich bin so geraten. Oh, Mann. Oh, ich bin so geraten. Oh. Oh. Es gibt, ich bin hier. Ich bin, ich bin hier. Ich bin hier. Also bin ich da, bin ich schon verschockt. Ah, das kann ich. Deswegen sag ich ja. Wir bearbeiten ihn schon. Mach mal Ende jetzt hier, ne? Jawoll! Gegessen. Ich hab ihn gekept. Ich will ihn auch nochmal heilen, aber ich seh ihn nicht. Das sag ja bis ich da bin, ist schon tot. Haha. Mal nachgucken, was ich jetzt so gekillt habe. Naja, das ist ziemlich einseitig, ne? Da, seinen Namen. Was ist denn? So, was haben wir denn? 3 Flashporn, 3 Kettensägen. Ah. Naja, immerhin. 13 Sirenen. Oh. Hat doch, hat doch Spaß gemacht hier. Pass an, halt auf. Mal nachgucken. 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 Untertitelung des ZDF, 2020